Die auch gleich richtig in den Elder Scrolls Skyrim oder was? Weiß nicht warum es aber in Elder Scrolls Schellen gibt, ne? Nein. Tja, das ist das Mysterium. Ja, in der Tat. Habt ihr denn ein spezielles Setup, oder? Oh, kurz überlegen, ne? So, noch nicht. Die bevorzugte Position, damit man sich mal so koppers. Ja, kein Plan, Alter. Oh, nicht wirklich. Ich mach einfach random. Passt halt schon irgendwie. Ja, wir sollten aber gegen 5er Pre-Made schon mit Carry spielen. Das würde uns zumindestens voranbringen. Ja, ja. Der Carry ist eigentlich nicht das Problem, dass man Carry hat. Die grundlegenden Sachen, die... Ja, das Problem ist, dass der Carry auch Carry spielen kann. Ja, ich bin der beste Carry. Also ich bin... Ganz guter Carry. Genauso wie... Du bist auch allgemein der beste Spieler hier, vermutlich. Also... Hier jedenfalls. Der Beste. Ja, ich spiel das Ding auch schon ewig, Alter. Bestimmt schon... Also ich hab ja schon mit Warcraft 3 angefangen. Also es sind schon... Ja, ich hab ja auch damals. Ja. Richtig. Dota 1 hab ich vielleicht anderthalb Jahre gespielt. Nur 2,3er. Ich weiß nicht. Zwei Jahre, denke ich. Mhm. Jetzt Dota 2. Weiß ich nicht. Drei, viertel Jahre. Und dazwischen keine Mopa Games. Ja, das war auch nie im Plan oder so gewesen. Ja, wir sind auch alle Public Heroes. Ja, wir sind auch alle Public Heroes. Ja, man. Haha. Ja, man. Ja, ich war schon damals Counter-Strike. Haben sie immer schon gesagt. Ja, Cheater. Und bla und bla. Haha. Da war's genauso. Ja, nur das vergeht langsam. Mit 25 wird mal langsamer. Ja, ich bin auch schon... Ja, 23 und halb. Oh, nice. Der Abtaut oder den Carry? Ja, die Leistung ist immer super. Ich würd gern auf die Lane gehen. Ja, als Carry eh. Ja. Ja, ansonsten pick mal was zusammen. Damit ich mir was... Hm? Ah, 2 Lane? Ja, Aggressive Tri-Lane mit Nikes. Da sind wir immer gut. Oh. Ja, guck mal. Die haben OSA, Alter. Ich will lieber sicher fahren. Ah, die sind schon von Darkseer gepickt. Wie schade für eine Offlane. Also ich könnte Offlane spielen als... Ja, pick Offlane. Wer macht Mitte? Äh... Mitte wäre ein Magnus oder so. Nicht verkehrt. Ja, wer... Wer Mitte macht? Ja, ich bin auch da. Ich kann auch picken. Mitte würde ich machen. Ja, dann mach ich den zweiten auf der Tri-Lane. Ja, gut. Können wir so machen. Wollte ich nur noch gucken, wen ich denn pick. Also, Doom wäre auf jeden Fall für die Mitte sehr geil. Warum? Ja, wir brauchen aber ein bisschen TC. Magnus ist nicht verkehrt. Ich will jetzt Doom nicht so stark auf der Lane, ehrlich gesagt, aber... Ja, guck mal, die haben Alchi und... Kann doch Neko... Neko spielen. Ja, wir brauchen TC! Crowd Control! Ah, wie hast du mit? Am besten... Ja... Keine Ahnung. Irgendwas Pushmäßiges. Pick mal nen Neko. Geht immer ab. Oder Tinker, Alter. Aber ich weiß nicht, ob das einer kranken muss. Ja, Tinker hab ich nie wirklich gezockt. Ja, Tinker hab ich immer gute Stats, aber ich verliere immer. Ich oune die immer alle weg, aber irgendwie verkackt mein Team immer. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab letztens noch ein geiles Weflay gesehen, da haben sich irgendwie drei Verweegner-Team einen Blade-Mail gekauft, die einfach in die Marge of Machines reingestellt, der ist direkt gestorben. Ja. Relativ lustig. Ich hab gesehen, da hat ein Kottel mit seiner Ulti... ... so ne Wille gemacht. War im eigenen Spawn drin. Mit vier Gäten hab ich mit dem Blade-Mail reingestellt. Ey, wisst ihr was, was ihr picken müsst? Pass auf. Zeus und Furion, Alter. Oder Silencer. Ich hab da letztens so ein Weflay gesehen, Alter, mit dem hier AA. Und den beiden, und dann vielleicht ja Silencer, Furion und Zeus und die haben alle geraped. Ich war einfach nur mit ihren Ultis, Refresher und Agar. Alle geohnt, Alter, das war so krank. Weil wenn ihr jetzt mit Silencer Agar holst, dann kriegen die auch Schaden. Ach echt? Ja. Das haben sie jetzt geändert. Vielen Dank. Ist doch so schon fies genug, die Ulti. Von dem SK auch. Wenn er dich trifft, dann sorgt er dir gleichzeitig das Leben aus. Von Plasik oder so. Warum posieren wir denn eigentlich? Ja, gute Frage, warum posieren wir eigentlich? Ja, dann muss ich sagen, was die Sache ist Trump. Was für das heißen Trump? Keine Ahnung. Wir kaufen Chicken. Ja, kann ich machen. Ah, ne, ja. Ja, mein Kuri ist halt nicht so cool, aber ich kann eins kaufen. Ist ja scheißegal, welcher Kuri er ist. Ja, ich glaub... Er hat ja mal den coolen Dax-Kuri auf einem anderen Account, aber... Wollte ich nicht einen Trailer machen? Ja. Ja, okay. Ich halte nochmal Gold zurück, für gegebenenfalls Anti-Account. Dann kannst du nach vorne laufen und gucken, dass die... Das wär super. Ja, kommt mal einer mit? Nein, Ursa verrollt mich. Oh, ein Alchi. Mit einem Bär. Denk dran, nach dem Buff gibt der Bär 300 Gold, ne? Das ist wie ein Hero-Kill. Was? Da ist er irgendwo auch noch ein Zehner, bitte. Ich bringe Nightmares. Individed. Weißt du das? Hast du den Patch-Notes gelesen? Ähm, gut zu wissen, ja. Das war's. Ja, weil du kannst dich nicht mehr einfach zu sterben lassen. Oh, okay. Wir sind nicht mehr wie früher. Wir können gleich volls Blatt holen, ja. Früher war alles besser. Früher war er immer alles besser. Ich schaffte aber auch den Glück von Bär. Oh fuck, ich hab das Camp geblockt. Lass den gleich bärchen. Ja, los, go. Ja, der passt. Ja, komm zurück erstmal. Denk dran zu stacken, gelb, gelb. Ja, ich hab aus dem Camp geblockt. Oh. Okay. Kleiner, kleiner Fail. Ja, passiert, ne? Ja, wieso schlau? Go, go. Ja, ich kann auch doppelt pullen. Ja, was mach ich? Ich bin auf dem Weg. Ja, nice. Ja, ich geh gleich auf Hunt of Midas, ey. Richtig geil. Ja, ich geh gleich auf Hunt of Midas, ey. So, so Hauptschuwungen, tendisz 57 Anyway, hat eine Nee, du kriegst nicht die komplette Wave, die Nights sind zwei übrig, damit pushen wir jetzt. Ja schon klar, ich wollte auch doppelt pullen, aber das kämpft auch so stark anscheinend. Wie meinst du das? Ja, dass du die angreifst und dann da rüber holst, dann ist die ganze Wave trotzdem auf jeden Fall tot. Ist im Prinzip wie ein Stack. Ach so, das meinste, ach so. Das meinste, ja klar, okay. Aber ich hab's grad'n bisschen verkackt, irgendwie spiel' grad'n bisschen scheiße. Ich hab' grad aber auch harte Lecks irgendwie. Wo denn Lecks? Also was heißt Leck? Ja doch, war da nicht so fünf Sekunden Leck halt, wo das Bild aber eingefallen ist. Töten, 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 töten. Warte, was gelb da ist. Und los? Ja, es geht auf. Ah, nein! Oh, fuck! Kriegen wir, oder? Nicht? Ah doch. Nice. Jetzt hab' ich wieder zum fünf Sekunden Leck. Ey, was ist hier los? Ja, du musst eh nicht hier machen. Hast du den Sleep noch auf Level 1, oder? Nee, ich bin auch erst Level 2. Ich ziehe keine XP auf der Lane. Achso. Ja, kannst du auch ruhig mal machen. Ich hab' mein Midas gleich fertig und 200 Gold. Du hast gerade, ähm... Wiss ich müssen, ne? Wiss ich... Wiss ich... Wiss ich... ... 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